Und da sind wir wieder mit einer weiteren Runde Ranked Rocket League mit Sascha und Andy. Leaks the Rocket und Budo. Oh yeah. THC. Mal sehen, wie weit wir kommen. Sascha, du weißt, was wir machen? Ja. Ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Die Drehung nicht so hinbekommen wie eben. Und raus Budo, raus. Bolivia. Oh, okay. Alter, geht vorbei, alles gut. Er hat übertrieben. Er spielt ihn. Er hat einfach übertrieben. Schön an ihn, nice. Geil, der kommt seinen eigenen. Ich hab kein Turkin da bekommen. THC, Auto, Charlie. Mein Gott, hier gehen aber alle drauf da, ne? Ja. Hab ich. Sorry. Alles gut. Oh, der kommt. Nice. Nehm ich. Er nimmt ihn. Loll. Schön. Oh, Mann. Schade. Oh, schön. Mein Gott. Ich bin so ungereicht. Ich bin auch noch da. Mitte. Boah. Ja, aber okay, 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 okay. Kurz Boost holen. Ui, der kommt zu dir. Ja. Ist noch heiß. Und fertig. Mitte. Ja, 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 ja. Ah, sorry. Ich wollte den Typen weg haben, aber ich war viel zu weit hinten. Und, Bruder. Oh, ja, der geht. Ui. Können das nicht. Uh. Ich sag schon mal Mitte an. Ja, wir sind da. Ja. Oh. Ah, der kriegt ihn. Alter, ich werd hier nur rumgebammt. Ich wollte direkt zurückfahren. Und komm. Achso. Ich dachte, es wäre ein anderer. Ich hab die halt voll mitgenommen. Du darfst, du darfst. Auf dem Weg davor. Nice. Aber du warst nicht der Einzige. Davor bin ich auch schon angebammt worden. Oh. Oh, nice noch. Mal einen von denen weggemacht. War mir zu voll. Attage. Attage. Oh. Natürlich kriegt er den. Nehm ich. Wenn die nicht. Oh. Oh, schöner Schuss. Nice. Wie ein Strich, ey. Oh, man. Riechen der Lanscher. Bam. Ja, ganz schöner Feuerstrahl aus dem Auspuff. Mann, Mann, Mann. Richtig geschissen. Ja. Ich hab's ordentlich Bohnen. Oh. Da schaut einer. Jo. Ich versuch's. Hm. Den Typen weggehauen. Gute Vorlage. Ah ne, doch noch nicht. Doch. Bin im Tor. Jo. Okay. Ich geh mal. Bisschen offensiv. Jo. Und. Boom. Das war geil. Ich dachte die ganze Zeit so, der kriegt den. Nein. Dann kriegt der nicht. Nein. Dann betrifft den einen auch nicht. Alle vorbei. Eins, zwei, drei. Es wird alle dran vorbei. Musste ich nicht mehr viel machen. So, jetzt müssen wir noch zwei Eigentore machen. Stimmt. Ey, keiner geht drauf? Oh, ich hab auch verkackt. Oh, sorry. Ich hab's auch vercheckt. Wir standen in einer Reihe, ne? Ja. Ah, fuck, ey. Du hast ja angesagt. Wir müssen noch drei Tore kassieren. Oh, schade. Ja, Bruder hat in die falsche Richtung gesetzt. Schade. Ja, ich hab's verkackt vorhin. Ich hätte drauf fallen müssen. Ey, Bruder, fahr du, ne? Ich weiß. Keine Sorge. Kommt noch einer von euch? Oh, no. Alles gut, alles gut. Ich war safe da. Einen weggemacht. Und haut ihn raus. Oh, das ist geil. Oh, schade. Ich würd den nochmal nehmen. War nicht schnell genug. Kam dran. Nice. Weiß ich nicht. Alter, schönes Getriebe an der Wand da. Ja. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Alles gut. Ich wusste echt nicht, was ich machen soll. Schön. Oh, schön. Mann. Aber ich slide hier rum. Der will mich kaputt machen. Der will sich revanchieren. Das lassen wir nicht zu. Das lassen wir nicht zu. Schön. Ich bin. Ich bin hinter dir. Damit du. Uh. Zeit wechseln. Ja. Dann lassen wir die kurz machen. Ist das schon deiner? Jo. Nice. Ah, sorry. Alles gut. Alles gut. Ich sorry. No, no, no. Hol ihn dir. Schön. Ah, egal. Der war sauber. Ich bin in der Mitte. War ja nicht von mir hin. Oh, schön. Oh. Alter. Ich hab schon gedacht, der geht rechts hin. Also ich war schon bereit in den. Oh, kurz gedacht so. Ja, ist richtig schön. Sauberer Schuss, echt. Nimm ich. Jo. Können wir. Nimm ich. Nimm mich. Nimm mich. Nimm mich. Schade. Verfehlen. Oh, schön. Oh Gott, der hat den Boosling mitgenommen. Schön gespinnt. Na. Er verfehlt ihn. Oh, schön. Ich geh in Deja. Ja. Ich sag schon mal Mittel. Ja. Da ist er. Nämlich. Nice. Sauber. Ist noch heiß? Ja, ist auch immer noch heiß, Jungs. Geh drauf. Ah, der richt ihn. Aber Budo, von da hinten. Wer geht? Sauber. Da hab ich sie reingeschoben. Ich hab die Bahn noch freigehalten an der Seite, falls doch noch einer kommt. Ich bin den Weg gefahren. Schön. Läuft doch. Doch. Oh, die haben aufgegeben. Bei einer Sekunde. Echt? War noch eine Sekunde? Gar nicht gesehen. Stark, stark, stark. Wie jetzt? Und dann bin ich gleich direkt Platin gestuft. Oh ja. Das Spiel merkt ja, ich hab ihn so lange hingehalten, dann... Oh, jetzt mal doch Diamond direkt. Yo. Nö. Just for Freestyle. Just for Freestyle, Alter. Freestyler. Schön. Oh, wieder ein gefährlicher Moment, wenn Budo auch nicht gefahren wäre. Hat er. Oh, was? Ich hab gedacht, hier geht einer hin. Ich wollte blocken. Aber schön, Budo. Mitte? Budo kommt aus ganz weit hin. Hier, hier? Oh. Oh, ich hab ihn sogar noch angetippt. Ja. Vielleicht auch ablenker. Oh, der kommt. Reu dich. Jo. Oh, ich hab ihn angetippt. Oh, ich hab ihn noch gehabt. Also der war safe. Na vorne. Hab keinen Boost. Neh mich, nehm ich. Der kommt nochmal. Mittell. Oh. Oh. Keiner da. Perfekt. Aber geil. Schön. Ich wollte ein rückwärts Ding machen, aber verpasst. Ich hatte ganz kurz Schiss, dass du mit dem Huf den da raus saust. Hab mir auch gedacht, ja. Aber ich glaub, der wäre reingegangen. Ja, glaub ich auch. Aber besser so. Ja, mit dem drei bestimmt. Schon ein schönes Ding. Oh. Alter. Oh, shit. Alles gut. Oh, Gott. Ich hab keinen safe für. Nein. Nein. Was am eigenen Mann war wahrscheinlich. Der wäre aber reingegangen. Oh, schön. Den hat der schön gemacht. Das war so knapp. Ich war auch knapp. Also, ich sah bei mir sehr knapp aus, weil ich komm da. Alter, mit dem Eiswagen. Du musst du? Ja, echt. War ein schönes Tor. Dass der Team fliegen kann überhaupt, ey. Jo. Oh, schön. Ah, okay. Das ist krass, Alter. Ja. Den Dio müssen wir aufpassen. Ja. War du raus, Andi. Da war er. Natürlich hat er den. Natürlich hast du ihn auch sehr gut. Oh, der geht rein. Der kriegt ja nicht mehr. Nice. So offensiv, die Jungs. Ja, die alle, wollte ich gerade sagen. Die sind zu weit draußen. Oh, der Eiswagen. Keiner auf deren Hälfte. Also alle auf unserer Hälfte. Einfach ausgekontert. So läuft es. Ja, müssen wir ein bisschen beobachten. Einer von euch? Ja. Ja, wir fahren beide. Schwierig. Ein Gruppending. Ein Gruppending. Ein Gruppending. Gruppengebumsche. Sorry. Alles gut. Machen sie, was machen sie, was machen sie? Sascha. Ich habe keinen Boost. Nein. Okay, habe ich trotzdem halten müssen. Ich habe gepanickt, weil ich keinen Boost hatte. Und dann so. Bei mir war auch schon nichts. Guck mal, was ich habe. Kacke, ey. Das ist dumm. Schade. Oh, Mann. Da denkt man sich manchmal, wo macht man das? Oh, Mann. So unnötig. Ja. Ich habe nur den Eiswagen gesehen und habe abgelenkt. Ich hatte Bock auf Eis. Nämlich? Ja. Oh, schön. Mach die da, Alter. Easy. Sehr gut. Die spielen ganz schön wie eine Scheiße da. Schön vorgelegt, ja. Der eine Schwarze steht nur rum. Ja. Dann fliegt der hinterher. Die haben auch einen guten Ping, die beiden. Ja, die haben einen richtig guten Ping. Der kommt eklig. Oh, Gott. Der kommt richtig eklig. Oh, shit. Alter. Alles gut, alles gut. Dafür habe ich auch keinen Safe bekommen. Aber ich meine, ich war da dran. Dass ich wieder so eine Scheiße gemacht habe. Oh, der war schön. Geh mal in der Mitte mit. Mitte mit. Mitte mit. Ich habe gar keinen Boost. Wo du hat ihn? Oh. Oh. Was machen die denn? Der eine hat den Posten mitgenommen oder so. Ah, fuck. Ah, schade. Kommt. Oh, Sascha. Ah. So. Ah, damn it, ey. Egal, Bruder macht das. Ich sehe es. Ey, wenn man so in between ist und nicht weiß. So, ich bleibe ruhig. Sascha geht drauf. Ey, ich bin doch gesprungen. Ein fettes Auto war er. Oh, schön. Oh, der kommt zu dir, Andi. Hä? Nein. Beide Seiten machen so einen Kack zwischendurch. Ja, aber was heißt Kack? Warum bin ich nicht da dran gekommen? Guck mal, ich warte extra. Und du tippt halt genau behindert ab wieder. Direkt vor dir. Aber jetzt. Oh, scheiße. Schön. Oh, du schubst mich. Meine Güte. Ich war echt zu schnell. Schön. Klar, komm, was der da macht. Weißfang ist dead. Jo. Einen zur Seite. Hey, was macht der da? Oh, lol. Der so spielt. Ja. Lol. Ja, hier, Jungs. Habt ihr davon. Alter. Richtig bescheuert, was der da macht, oder? Ja. Der Bruder hat jetzt schon weggekommen. Ja, genau. Der Einzige, der was kann, den hat er weggeschubst. Die Maio. Die Gefahr. Ah, ne, Dio. Die Maio. Der heißt Daio, oder so. Die Maio. Oder der wollte Dino heißen, aber das End vergessen. Hm, kann auch sein. Dio. Oh, fuck. Das End. Ah, dammit. Nehme. Ah, ich glaub nicht. Nein. Aber der hat zum Glück aufwisch kackt. Ah, sorry, Bruder. Alles gut. Weg mit dir. Ist der Ball. Ach, da. Loi. Oh, schön, Andi. Ich hab so einen kacken Winkel, weil er den wahrscheinlich selber reingemacht gleich. Hast du, oder brauchst du Hilfe? Ja, da. Oh, Leute. Ich dachte, der ist früher dran. Seitenwechsel. Schön. Oh, Sachan-Trader. Oder Budo. Schön, Budo. Stark. Bin hinten. Macht er ruhig. Eben nicht mit gerechnet, dass er da so kommt. Bleibt vorne der Ball. Bin hinten. Alles safe. Er spielt hier wieder vor deinem eigenen Tor. Oh. Ah, zwei. Also, zurück, Pass. Ich schallere ihn raus. Ich versuche ihn nochmal in die Mitte zu bringen. Hab keinen Boost. Nicht ganz. Noch nicht. Aber ich spüre es. Der kommt gleich. Wobei, jetzt seid ihr da. Also könnt ihr ihn noch nehmen. Genau so. Denk an. Die haben Druck. Oh, sauber. Oh. Alter, die sind echt so komisch. Mitte. Ja. Budo hat ihn. Boom. Safety first. Guter Pass. Danke sehr, danke sehr. Musstest du nicht mehr viel machen, ne? Ne, ne. Die Besten. Einer von euch? Wir fahren alle. Okay. Wir fahren alle. Habe ich ihn sogar noch verkackt. Das ist der zweite Win, Jungs. Alter. Wird es das erste Mal sein, dass wir drei Wins hintereinander schaffen? Kann sein, oder? Alter, Gold 2. So muss es. Jawohl. Liga 2. Sehr schön, sehr schön. So muss das. Jetzt haben wir ja keine Gegner hier. Echt. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Keine D, oder? Der war ja schon. Wenn die guten Ping gehabt hätten vielleicht. Ja. Wobei, ich weiß nicht. Ich glaube, das Spiel, das gleicht das schon gut aus irgendwie. Aber das sind doch Hacker hier. Kusa. X, 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 X. Porno-Hacker. Oder die haben Bot auf Bot. Die haben Bot auf X, X, X. Sascha, du fährst, ne? Ne, warte mal. Gar nicht. Budo fährt. Ich fahre mir Boost holen nach links. Ja. Feins Tor. Schön. Budo macht's. Hier in der Mitte mit. Will Nam. Was? Nanum. Oh, lol. Mitte. Du wirst ein Wüchstiger. Sorry. Alter, mega nice. Ohne Spaß. Richtig, richtig gut. Habt ihr in die Mitte gedrückt. Und dann... Ja, Alter. Und ich muss so voll boosten, damit ich die Kurve kriege, quasi. Geil. Stark. Geil. Sehr cool. Das meinte ich. Sehr cool. Halt. Oh. Zu weit. Fertig. Fertig. Alle zwei vorne, ey. Ne, ho. Oh. Fang gleich wieder im Konter. Guck dir das an, ey. Was machen die da? Die Pimmler. Die Pimmler war echt... Ey. Ja, den hat er jetzt schön hingelegt, aber... Ich hab eigentlich nicht dabei mitgelebt. Bruder hat einen geschrottet und der andere ist vorbeigefahren. So, Jungs, machen wir bald nach vorne, wa? Nice. Ja. Oh Gott. Ja, ja. Ich warte noch auf den nach vorne, aber... Eigentlich weiter nach vorne, aber... Bruder hat ihn. Und... Boom. Ja, easy. Nice. Diamond, wir kommen. Das ist sowas von, ey. Die sind doch auch in einem Team. Warum sind die so unkoordiniert? Ist ja krass. Weiß ich auch nicht. Die spielen, glaube ich, ohne Headset und... Ja, ohne Sonntags-Fahrer. Ohne Monitor. Ohne Monitor. Schön. Schön. Tschüss. Oh. Nicht so. Schwach. Ja, ich bin weg. Schade. Ja. Der hatte zu wenig... Ich war eben alles ohne Boost gemacht. Mega. Auf, Jungs. Oh, ja. Schön, schön. Andi, geh in der Mitte mit. Ich bin in der Mitte mit. Bitte? Bruder. Doch nicht. Bitte. Ja, ja, ja. Kann man an die... Ah, nice. Schön, schön, schön. Gut reingezwoll. Der eine ist rausgegangen. Nein, oder? Nein, nein. Irgendwas ist... Schnell rausgegangen. Da war doch voll der Blitz, ey. Ja, ich weiß, aber... Stimmt, aber ist der eine drin. Komisch. Er ist fake rausgegangen. Oder der hat so Effekte, weißt du? Wenn jemand anders ein Tor macht, dann kommt bei ihm ein Blitz. Eklig, hab ich. Ja. Ich hätte ihn auch noch gehabt. Zweifel. Oh. Alter. Filmball hier, oder? Das werden mal geile Geräusche hier. Ding, 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 ding. Oh, Mann. Steht für einen Rückpass bereit. Ja. Kommt. Ja, nehme ich. Schön. Na, er ist schön debated. Den nimmt der Budo. Sehe ich. Ah. Aber nicht richtig. Hab ihn richtig ausgefaked. Oh, Mitte ist noch... Ach, Mitte sag ich. Vorne ist noch heiß. Jo. Vorne ist noch heiß. Ja. Rauch, Budo. Ah. Schön gefaked. Ganz zu langsam, oder? Nimm mich. Jo, mache. Ah, der hat ihn auch nochmal gespielt. Serge. Hab ich. Ich bin bei die Sascha. Oh. Mitte, Jungs. Mitte. Ja, ja. Oh. Wir waren ein bisschen schnell, ja. Sorry. Ich habe mir kurz boostet. Schade. Ich dachte, ich kann da was machen. Ich habe mir einfach mal dafür entschieden, nichts zu machen. Ja, war wunderbar. Ist sehr gut gegangen. Schön. Oh, stark. Schönes Ding. Oh, die geben auch gleich auf. Schön. Aber ich seine nur Diamond-Turniersieger, verstehe ich nicht. Ja. Ja, aber halt ein Minigolf wahrscheinlich. Alter, sogar er ungeschabt hat geschaltet. Eins besser. Nice. Stark. Ja. Ja. Und damit haben wir... Markier dir die Folge. ...die Niederlage zwei Siegersträhne weggemacht. Oh, ja. Und dann drei Siegergut. Geil. Geil. Dann ist Gold zwei. Jo. Ja. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.